Ein Film. Was kann das schon sein, wenn es jetzt ihn so erlaubt hat? Guten Tag. Mein Name ist Sigrid Markstein, Siema, und ich freue mich, Ihre Aufmerksamkeit zu haben. Wer wahrnimmt, gibt nicht falsch. Und Ihnen das Abenteuer Dresden näher bringen zu dürfen. Ich halte es mittels Hirn. Für ein gutes Abenteuer ist man niemals zu alt, nur zu langweilig. Dabei versuche ich, das Bild der Stadt so abwechslungsreich wie möglich zu präsentieren. Denn die Natur des Geistes ist so geartet, dass uns der Wechsel meist mehr Erholung verschafft als die Ruhe. Wollen wir uns zuallererst entscheiden, ob wir die Stadt per Pedis oder per Gefährt erschließen wollen. Und wenn per Gefährt, mit welchem. Dabei gilt es zu bedenken, nur wo du zu Fuß warst, warst du wirklich. Danke, dass das Bild aus dem Geist noch ein Mal geht. Vielen Dank.